Es war ein schöner Tag in der Oase Bagra. Jemand zürfte, jemand schwamm. Eine Frau hat sich so betrunken, dass sie besoffen an einem Tisch hing. Doch sie ahnt noch nicht, was geschehen wird. Nun aber habe ich noch den schönen Traktor vergessen, der leider kaputt ist. Doch auf einmal erbebte die Erde. Und eine Riesenwelle kam. Nun ist die ganze schöne Oase zerstört. Bloß der Traktor steht noch. Ende.